ok hallo freien und willkommen zurück zu pineview drive hier mal nicht dass aufgehört aber so eine ne und warum ist es jetzt schon von anfang an so dunkel wir haben keinen schlüssel was haben wir letzten paar da lebt keine ahnung was haben wir noch mal erlebt was haben wir denn noch mal erlebt oh meine maus packt wiederum ich sehe die schon wieder da aber nur gut ich muss ja sowieso nichts mit der tat muss klicken daher das ist jetzt nicht so ist nicht so schlimm müsste schon mal rausklicken eine violine und so super toll super toll ich habe keine ahnung waren die bilder schon feuer da ja gar nicht hoffen fall uns regnet ich hoffe du sagst mir was sagst du mir was möchtest du mir was sagen komm schon sag mir doch was komm im hof hat sich irgendwas bewegt ich glaube ich sollte mal nachgucken gehen da bin ich falsch glaube ich ja ja tag 17 sind wir übrigens schon weil die 20 angekommen nein hier will ich überhaupt nicht hin ich wollte eigentlich in diesen neuen abschnitt da aber wie komme ich noch mal hin bekomme ich noch mal zu diesem neuen abschnitt da hallo abschnitt hier eine hier war das japanese zimmer und es wird schon wieder so dunkel dass ich gleich nichts mehr seht ob hier ja genau hier sein hier nicht auch nicht so ganz das weiße da das ist ein teppich war ich schon immer da scheint so was war hier noch mal die abstellkammer hier war das pflanzenraum ne der kunstraum komm ich hier zu jaha hier bin ich hier wollte ich schon ich wollte mal nach da oben gucken wollten immer nach der oben gucken konnte schon mehr ist da ist er schon wieder soll er mir jetzt sagen geh raus oder hat er mir jetzt was fallen lassen hier badezimmer genau hier war im letzten part ach die kann ich übrigens mitnehmen ein schlüssel das weiß ich noch haa wohin das ist immer so die frage wohin sollte ich noch mal zu dem schiff gehen weil der typ ja noch mal kam jetzt warum auch immer weil der typ ja noch mal kam haa was ist diese anzeige da über mir was ist das ist das ein erschreckometer weil ich glaube dass es runter gegangen als ich losgeschrien habe einmal hat der sprach erkennung das ding hallo werden wir gleich sehen falls irgendwas kommt wo ich mich erschrecke und die batterie wird immer schwächer und schwächer hier war der kunstraum ne hier war der pflanzenraum passiert jetzt hier was komm sag mir was du typie sag mir doch was bitte sag mir doch mal was oh ich glaube da hat sich was im spielzimmer bewegt oder so das wäre nett komm schon vielleicht bin ich hier aber auch komplett falsch vielleicht sollte ich woanders hingucken aber ich weiß nicht wo war das hier mit dem clown ja ne nein ich sehe nichts ich sehe gar nichts ne das ist so schlimm jetzt bin ich wieder hier in der eingangshalle genau hm sollte ich noch mal zu dem schiff gehen da ich weiß es nicht eigentlich ja der 1 das ist jetzt halt eine kleine andeutung gewesen es regnet und der busch leuchtet ja wahnsinn nee hallo es regnet da gehe ich noch nicht raus ich will zum klauen gucken vielleicht hat er mir einen schlüssel wieder hinterlassen klauen hast du mir einen schlüssel hinterlassen ah ne er ist aber auf jeden fall nicht da nur ohne schlüssel er ist auf jeden fall nicht da oh man nein hier würde ich doch gar nicht hin ne bist du jetzt da ne 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 Ich versuche, den nochmal zu hören. Aber ich glaube, der denkt sich nur. Auf jeden Fall hat sich der Clown bewegt. Oder irgendwas hat sich bewegt, auf jeden Fall. Aber ich gehe halt vom Clown aus, weil er halt nicht da ist. Fragt sich nur, wo ist der? Wo ist der Schlawiner, hä? Bist du doch hier? Bist du hier? Hä? Clown? Hä? Komm her, du. Mach ich los mit dir. Nee. Not really. Boah, ist das ätzend. Mit der Taschenlampe, ne? Ja, die flackert hier aber auch so ein bisschen, ne? Vielleicht bist du ja auch hier langlaufen. Okay. Was hat das denn für eine Mucke? Also es... Ja. Das einzigste Den einzigsten Das einzigste, der einzigste Merkmal, den wir jetzt haben Ist, dass der Clown weg ist Ja Hm Bist du aufs Klo? Nee Ich renne schon wieder gegen die Tür Hm Hm Ich kann mir nicht helfen, aber das hört sich so an Als wäre da jemand oben im Kinderzimmer Danke Kommst du aber früh damit wieder raus, du Affe War der, war das überhaupt hier? War hier das Spielzimmer? Spielzimmer Ach nee, hier war dieser komische Durchgang Ja klar, okay, Clown, Kinderzimmer Könnte passen, ja Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht Bin ich jetzt so gar nicht drauf gekommen War das nicht hier? Irgendwo das Spielzimmer? Oh, jetzt darf ich das Spielzimmer erst mal wieder suchen War hier nicht die Tür? Ach da Äh, nein Hier Hier ist das Spielzimmer Oh Oh Das ist vollkommen normal Das ist Luft Das ist Luft Ja, passiert da gleich noch was? Außer fliegende Klötze, die mir gleich in die Fresse ballern Oh Gott, voll in die Fresse Da ist ein Schlüssel Okay Okay Wir haben einen Schlüssel Alles cool? Alles cool Und wo lang jetzt? Hier hatten wir hier alle Türen offen Ja, ne? Da was? Ne Liegt da was? Liegt da ein Schlüssel? Ne Ne Ja, ich glaube, hier sind alle offen Oh, mich juckt's Boah, ich seh nix Äh, Taschenlaufe Danke Ähm Kam ich hier in diesen neuen Abschnitt? Nein Aber hier, ne? Ja, ich glaub schon Ne, nicht ganz Nein, nein Nicht so ganz Hier komm ich Genau hier hin Kann ich anmachen Oh Gott, hab ich mich verschluckt Oh Mann, ich seh überhaupt nix Moment Nein, hier will ich doch gar nicht hin Oh nee Immer diese Sucherei nach dem richtigen Räumen Jetzt bin ich schon wieder hier Äh, unten, unten Von unten kommt man da hin Hier Ja, genau Hier wollte ich hin Ich will die Taschenlampe noch nicht benutzen Nein Hier war Die Einwegtür Ja Hier war die Küche, ne? Ja Ähm Hier war die Abstellrahmen Ja Hier war Kunstraum Hier war Das war hier Ah, hier ist der komplett neue Abstellrahmen Perfekt Komm ich hier rein? Nein Komme ich hier rein? Nein Hier? Nein Ah, dann gehe ich halt nach oben Gehe ich halt nach oben Hier war ich schon War ich schon in der Tür? Krass Hier nicht Die ging schon so oder so schon auf Genau, das war das Badezimmer Hä? Wow Ach, das ist ein Baum Das ist ja krass Das ist ein Glühböhmchen Okay, hier oben schon mal nicht Dann haben wir noch unten was Äh Die Türen hatte ich alle ausgecheckt, ne? Hier unten eventuell noch Äh Ja, gleich Finde ich einen passenden Schlüssel Finde ich einen passenden Schlüssel Oh Vielleicht hier? Nö Hat er mir halt gepst Wenn ja, habe ich nicht mitbekommen Ne Ne, da war der Der, die, die Der, die das Ähm War hier noch verschlossene Türen? Ja 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 Kann Kühlschrank aufmachen Ha Wenn jetzt die Taschlampe noch gehen würde, würde ich Wow, warum sollte ich den Kühlschrank aufmachen? Naja Kann ich den Herd aufmachen? Hier kann ich erstmal eine Lampe haben Da ist die Nacht zu Ende Gibt es hier keinen Schlüssel? Gibt es hier keinen Schlüssel? Für mich bitte Gibt es hier einen Schlüssel? Was ist das? Ah, Batterien Haha Nehmen wir direkt mal eine Und hier ist nichts drin? Kein Schlüssel? Nix? Ne Okay Diese Nacht hört ich Linda schreien Sie war sich sicher, dass sie die Vogelscheuche durchs Fenster gesehen hat Ich habe nachgesehen Draußen war alles ruhig Hä? Was für eine Vogelscheuche? Okay Nacht Tag 18 Tag 18 Tage vergehen hier auch Wie in Pflug Und es Meine Fresse Wie oft donnert das denn hier? So Jetzt geht erstmal das Blöde Rumgesuche wieder Bis Er sagt Oh Warte mal Da war was im 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 Hexenhäuschen Da müsste ich mal nachgucken gehen Ich glaube da hat sich was getan So Wo renne ich hier überhaupt hin? Keine Ahnung Schreien wir planlos durch die Gegend Nein Ich bin nicht ins chinesen Zimmer So Ist hier irgendwas? Hallo Passt ihr was? Nein Versuch dem Spiel jetzt ein Ein Ding voraus zu sein Passiert hier irgendwas nochmal? Ja, glaube ich weniger Hier vielleicht Hallo Da liegen noch Streichstelzer Aber die brauche ich jetzt nicht unbedingt Ähm Hier Teichlampe flackert nicht Hier Alles ruhig Ey Okay, wohin? Frage alle Fragen Die ich mir immer wieder stelle Wo soll ich hin? War da was? Willst du nochmal bitte? Da ist die Vogelscheuze Steht da Ähm Boah, dieses Gewitter Das ist der absolute Wahnsinn Vogelscheuze steht immer noch Na ja Na ja Na ja Okay, ähm Jo, keine Ahnung Wohin, ne? Was war das? Hab ich das gehört? Hat sich schon merkwürdig angehört Aber ich kann es nicht Konnte es jetzt nicht so definieren Da liegen wieder Streichhölzer Wo bin ich jetzt hier? Bin ich in den komplett neuen Abschnitt? Na ja Ich will mal kurz Will kurz was gucken Hallo? Kommst du wieder da lang? Ne, diesmal nicht Aber hier flackert's Ja, so ein bisschen, ne? Vielleicht hier im Bad? Naja Und ich glaub nicht, dass dieses Gelächter Mir jetzt irgendwas fallen lassen hat Glaub ich nicht Das glaub ich nicht, oder? Ne Wär auch komisch Komm, sag mir was Sag es mir Sag es mir Sag es mir, bitte Sag mir, was ich tun soll Oh, heiliger Charakter Bitte Möge sie es mir jetzt sagen Sag mir doch mal Was jetzt kommt Weil ich aber auch ehrlich gesagt Keine Idee Das einzigste, was ich noch gucken könnte Ist gucken, ob der Clown da ist Ja, das könnte ich noch mal gucken Äh, da sind Fußspuren Oh, 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 oh Hey, das war grad mehr Zufall Als alles andere Cool Fußspuren Vara Kinder Wenn das Kinder waren Keine Ahnung Ne, da geht's nach draußen Gehen wir mal nach Nein Alles cool Alles cool Die ging auf Die geht auch auf Hier ist die Küche Da brauche ich nicht nachgucken Das ist die Abstellkammer Das ist Kunst oder Pflanzenraum Ne Uhrenzimmer Geht nicht Hier hat sich wieder irgendwas bewegt Kunstraum? Nein Ähm, ich will nach oben Oder so Ging das hier nicht irgendwo? Ne Da musste ich irgendwo durch Aber ich weiß nicht mehr wo War das hier, ne? Ja, doch, hier war das Ja Hier nicht Hi, hi, hi Ich finde die restige Tür Gehen wir nach oben Checken wir oben die Türen aus Wenn oben nichts ist Habe ich auch keine Ahnung Da nicht Hi, hi, hi Ist der Typ da? Nö Die Tür ging so oder so auf Oh ne Wo ist denn jetzt hier Der richtige Schlüssel Die richtige Tür für den Schlüssel Ey Wir haben doch hier nur noch verschlossene Türen Hier? Ähm, ne Da habe ich ja gerade schon probiert Im Pflanzenraum halt noch Ne Wie kommt man hier nochmal runter? Hier, okay Aber warte, ich will mal kurz hier nochmal die Tür Und dann ist hier der Schachzimmer, ne? Ja genau, okay Äh, nope Hier? Nope Hier ist der Pflanzenraum Ja genau Auch nicht Oh Ah, hier Wieso kommt jetzt immer dieser Oh, Maskenraum Oh, Batterien Batterien freuen mich sehr Da ist ein Schlüssel Okay, die Nacht ist noch nicht zu Ende, ja Die Nacht ist Doch, ist sie Doch, ist sie Ist sie Oder sind das die Worte von Linda Ich habe keine Ahnung Okay, Leute Ich bin der Partizier Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und ich hoffe, wir sehen uns Den nächsten Tag wieder Wenn wir ab Tag 19 dann Vollschreiten und so Und so Oder rein Tschüss